Aloha Fellows und willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi Super Star Saga und ich bin heute mal nicht alleine. Ich habe jemanden dabei. Yay. Diese Motivation. Ich hasse dich. Ich mich auch. Ich weiß. Aber warum höre ich das jedes Mal, wenn ich bei jemandem mit dabei bin? Ich kriege immer gesagt, dass man mich hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht solltest du dir Gedanken darüber machen. So. Ich habe wahrscheinlich die Steuerung mal wieder vollkommen verlernt. Okay, so wechsle ich die. So mache ich die Kommandos. Ja, so viele Knöpfe hast du ja nicht zur Auswahl. Doch. So busy. Na ja. Also. Wir waren das nächste Mal stehen geblieben. In der Zukunft. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir ja die Königin gerettet haben und den unglaublich tollen Prinzen mal wieder getroffen haben. Ich liebe ihn. Er ist so toll. Er ist so toll dumm. Jetzt sollen wir irgendwie zur Lachhochschule und ich habe erstmal gar keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich glaube, ich laufe falsch. Ich könnte dir das jetzt nicht mal sagen. Das ist gut. Kannst du mitgehen? Ich muss nach rechts. So viel habe ich gesehen. Ja, das ist doch schon mal was. Das ist schon mal ein Anfang, ne? Ähm. Ähm. Guck mal, da geht's lang. Ja, das ist doch... Ah, guck mal da. Ah, was ist das? Was ist das? Was ist das? Geh weg. War das ein Lucky-Tour? Das... Es hat sich zumindest so bewegt wie ein Lucky-Tour, aber ich glaube, es war keiner. Es... Es hat nach... Moment. Ich will den Hammer. Ähm. Ähm. Äh! Ich will dich hauen. Komm her. Mach's plat. Jetzt habe ich ihn nicht mal getroffen. Nee. Oh no. Roms. Äh, so. Moment. Das, das... Ich krieg das schon wieder raus. Ja, ja. Haha. Ich liebe dieses Spiel. Wow. Oh, das war ein Volltreffer. Da fuck geht mit Mario. Und ein Level-Up für Luigi. Schau mal. Schön. Luigi ist bei mir irgendwie in dem Spiel sowieso total... Ich weiß nicht. Der kriegt immer voll den hohen Bonus und schieß mich tot. So. Was skillen wir? Ja, Luigi ist halt auch einfach cool. Ja, sowieso. Was skill ich? Den Bart. Ja, natürlich Bart. Okay. Einfach nur weil. Genau. Einfach weil. Und sogar plus drei, siehst du. Ich weiß ja mittlerweile sogar, was der Bart macht. Oh. Das ist irgendwie so... Oh, noch hier Gegner. Roms. Das ist irgendwie so Charisma. Das wurde mir erklärt, dass ich... Was, 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 was muss ich... Was zum... Was zum... Was zum... Luigi, nein! Dang it. Ach ja, der Grafikstil in diesem Spiel ist schon grandios. Ja, ähm... Muss man schon mal sagen. Luigi! Das war wieder mit Leben. Ja, der Bart macht irgendwie sowas von wegen Charisma, dass ich halt in den Läden günstiger einkaufen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch dann mit einbezieht, dass ich dann... Oh Gott! Teurer verkaufen kann, aber... Okay. Zumindest einkaufen kann ich günstiger. Was für dieses Charisma gedöhnt ist. Muss ich denn jetzt genau lang? Landkarte. Noch einen Ticken runter, glaube ich. Ja. Ich hab halt... Muss dazu sagen, Superstar Saga nur mal kurz gespielt. Nie wirklich... Du ich. Ich hab's... Damals... Ähm... Hallo? Wo geht's... Äh? Ah, doch, 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 doch... Was war das für ein Ninja? Was zum Geier? Roms. Oh mein Gott. Ich mag ja die Waschbär-Goombas. Da fuck? Luigi, Luigi, du bist schon wieder tot. No. Wie macht man die denn bitte? Ich mein die... Oh Gott, ich glaub, ich werde sterben. Da fu... Gewe... Was? Voll erwischt. Da fucken mit dem Spiel. Wow. Ähm, ja, ich hab's bei meiner... Schwester damals... Ich hab's ja mal gesehen. Da hab ich zumindest den... Da fu... Gewe... Gewe... Das ist... Das ist verwirkend. Oh mein Gott. Ja, und... Daher kannte ich zumindest den Anfang... So'n... Fischi... Aua. Oi, Mario! Oi! Da geht er down. Ja, Mario! Mach das... Vieh erstmal... Kaput. Die haben die jetzt ganz schön gegeben. Ja! Weiß! Moment! Was sind meine Items? Äh, Pilz? So... Pilz! Kriegt Mario noch ein Pilz? Nö. Ich muss reichen. Eben! Wo muss ich denn jetzt genau lang? Himmel, Herrgott! Muss ich denn irgendwie... Naja, irgendwo muss es daher lang gehen, theoretisch. Ja, da! Falscher Knopf! Falscher Knopf! So. Nö. Das war's zumindest schon mal nicht. Das sah aber kurzzeitig gut aus. Ja, ne? Vielleicht war ich ja einfach nur... Luigi? Einfach noch... Vielleicht hast du einfach nur, äh... Nö. Nö. Das ist vielleicht, wenn du da links hochspringst und weiter oben lang gehst? Ne, da gibt's auch nicht drüber. Da sind Zaun, ne? Ja, ich... Hä? Hä? Vielleicht bist du auch einfach falsch. Vielleicht. Ähm. Drehen. Hoch. Lass mich in Ruhe. So, das sieht doch auch schon mal falsch aus. Ja, das sieht gar nicht mal so gut aus. Ich glaub, hier sollst du noch nicht lang. Wo muss ich hin? Vielleicht magst du ja mal weiter südlich schauen. Vielleicht ist da noch ein Weg. Was ist da? Das andere südlich. Ja, ich weiß. Aber vielleicht geht's hier lang. Ach so. Weißt, da geht's auch rechts rum. Und so. Ja, das stimmt. Hm. Äh, da komm ich auch nicht durch, weil ich kann Luigi hier nicht klein machen. Was ist... Oh, Moment mal. Äh, Moment. Wechseln. Dann... Nö, das sah so aus, als ob... Da ist ein Knöpfchen. Ja. Oh Gott, die Bomben. Da ist noch eine Röhre. Ich habe Angst vor den Bomben. Die sind schrecklich. Da ist... Oh, oh, oh. Was ist das denn? Oh. Hä, was ist... Ach so, das sind diese... diese Warbröhren. Wie komme ich da unten hin? Und ich will... Äh, nicht porten. Geh weg. Das Spiel ist verwirrend. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwie laufe ich in die voll falsche Richtung. Ja, das ist jetzt ziemlich genau die entgegengesetzte Richtung, die du eigentlich geben wolltest. Ja. Okay, versuchen wir es mal weiter südlich. Jo, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Jo, ne? Ja, au. Wahrscheinlich auch nur eine Wand, aber... Bööö. Uncool. Wow. Schön. Oh. Das war problemlos. Das war schick, ne? Gut, das waren ja aber auch die einfacheren Gegner. Was ist das? Moment. Das... Äh. Drehen. Sprung und hoch da. Dann... Wieder drehen. Äh. War eine Bohne. Oh. Das bringt mir irgendwie... Gar. Aha. Das... Das... Sieht irgendwie... Seems legit. Siehste, ich kenn mich halt aus im Spiel. Ja. Du bist der Held. Natürlich. Arroganz. Boah, Arroganz. Aber mehr. Das kannst du gut, ne? Ja. Ja. Rums. The fuck. Aua. Nein. Don't you dare. Oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Da hab ich lange für gebraucht, bis ich die kapiert hab. Weil entweder chargen sie komplett auf dich zu. Oder sie halten vorher kurz an und wenn sie das tun, ähm, ja, dann fallen sie um. Aaaaaaah. Dang it. Der war ein bisschen schnell, glaub ich. Ach was. Was? Wie kommst du da rauf? Ich weiß nicht, das war jetzt so ein Gefühl. Mario, du bist so ein Gibbel. Nix kann der Kerl. So. Rums. Was ich da grad gesehen hab. Moment mal, was zum Teufel ist... Aha, dir. Das hab ich doch grad gekriegt. Ich hab keinen Schimmer. Ich auch nicht. Das wird mir auch nicht jemand... Gibt's hier noch irgendwas? Außer den Gegner. Ich will erst mal zur... Was bist du denn? Hallo. Ja, Lachhochschule. Ja, soweit waren wir schon. Ich kann aber nicht schwimmen. Hm, das ist schlecht. Hopf, na. Du bist nicht. Super-Sirup. Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Äh. Voll Geld, geil, ey. Äh. Das ist YouTuber halt, ne? Ah, Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Yay. I'm rich. Äh. Ihr hoppt es gefühlt, ich bin richtig. Ja, das sieht ganz gut aus, glaube ich. Okay, wir werden rein. Oh. Ziemlich kaputt. Ein wenig. Äh, Hilfe! Wo kann das ich da kann? Ha. Luigi! Das ist so toll. Ach, ja. Donk. Punkt, Punkt, Punkt. Donk. Ähm. Die Gespräche zwischen den beiden. Ich hab das Gefühl, ich möchte erst mal kurz speichern. Ja, das ist, glaube ich, gerade irgendwie angebracht. Moment. So. Speichern ist immer eine gute Idee. Und das Gamepack entfernen. Nein. Ansonsten spiele ich halt mit Tastatur. Jetzt kann ich sie ja wieder. Jetzt hab ich die Pfeiltasten. Die fehlen bei dem PC nicht mehr. Oh. Jip. Jip. Hallo. Ah. Äh. Nobilla in diesen heiligen Hallen der w-w-wissenschaft. Verwandelt in Lehrkörper der Lachhochschule in ekelhafte Monster. Bring. Ah. Öff. Öff. Was zum? Ah! Was zur Hölle ist das denn? Ach. Oh, was zum? Dunken Laser Guy. Sehr gut. Ich hab ihn kaputt gemacht. Hey, level up. Mario. Kriegt Mario auch ein Bart? Ne, der hat jetzt... Ich glaube, das ist der gleiche Wert, den Luigi hat, ne? Mhm. Hm. Ich glaube, auf Verteidigung bin ich noch nie gegangen. Ja, genau. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir angucke, wie wir Schaden die Gegner machen. Ja, so entweder. Aber der Bonus! Boah, jetzt hast du ihn einfach gekillt. Ja. Tut mir leid. So, Mario. Pils. Ah, Fug? Mhm. Was ist das hier? Oh, das sieht aus wie ein Spiegelrätsel. Spiegelrätsel? Ja, so Lichtstrahl auf Spiegel und dann sowas halt. Tatsache. Was ist das denn? Aha. Also, ich bin da. Und ich kam von da. Wow, das sieht verdammt umfangreich aus. Ein wenig, ne? Da, Fug. Wow. Also, zumindest links komme ich ja nicht weiter. Da ist ja noch so ein... Moment. Nein. Falscher Knopf. Klärt's aber auch nicht. Jetzt schon noch. Ja, ja. Irgendwann. So. Oh, ein Superpilz. Hm. Okay, was haben wir hier? Pils? Was ist... Was ist denn das? Hup. Ah. Ach ja, wo? Da, schau mal an. Ah, gucke mal. Da. Hab ich's aufgemacht. Was ist das denn? Ich wette, da muss der Lichtstrahl drauf. Hm. Haha. Hä? Ja. Ein Lachbohne. Was mache ich denn hier? Ich weiß, es ist nicht... Ich gehe erstmal da durch. Genau. Jetzt, wo der Weg offen ist. Donk. Ah. Ah. Noch ein Spiegel. Es erstreckt sich quasi auch noch über mehrere Räume. Mhm. Ich glaube, das wird noch witzig. Donk. So. Höh. Ich dachte schon, ich treffe ihn nicht. Die Armlasergeist. Hup. Oh, hast du das gesehen? Hup. Ach, wenn die so nah vor einem stehen, muss ich glaube ich gar nicht springen. Rums. 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 Sehr schön. So. Wird dann aber erstmal sagen... Mach halt hier mal kurz Pause. Na. Hm. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin und... Bye, bye. Tschüss. B Fitz. B roof. Tschüss. Vielen Dank.